Ein ganz herzliches Willkommen zu WIR. Wissen ist relevant. Mein Name ist Katharina Ruffer. Ich bin Mediatorin, Moderatorin und Leiterin von Seminaren und Workshops zu den Themen Konfliktmanagement und Kommunikation. Das heißt, ich unterstütze Menschen in Konfliktsituationen, ich moderiere Events und Sitzungen und ich begleite Unternehmen in Veränderungsprozessen. Mein Vortrag für WIR heißt Even Stars Collide. Selbst Sterne prallen aufeinander. Das Potenzial von Konflikten. Ziel meines Vortrags ist es, Ihnen praktisches Handwerkzeug mit auf den Weg zu geben für Ihren Alltag. Egal, ob Sie sich in Streitgesprächen, in Konfliktsituationen oder am Verhandlungstisch befinden. Dazu schauen wir uns zunächst einmal an, was Konflikte eigentlich sind, was assoziieren Sie selbst mit dem Begriff Konflikt und wie gehen wir mit Konflikten um. Anschließend möchte ich Ihnen sehr gerne ein Verfahren vorstellen, das Sie bei der Bearbeitung Ihrer Konflikte unterstützen kann. Und das ist die Mediation. Und dann greife ich einzelne mediative Elemente dort heraus, die Sie dann ganz konkret für Ihren Alltag, also Sie dabei unterstützen. Dazu schauen wir uns zum einen das Harvard-Konzept an, aus der Verhandlungsführung und zum anderen den Ansatz der gewaltfreien Kommunikation oder kurz auch GFK. Und zum Schluss gebe ich noch mal ein paar persönliche Anregungen. Schön, dass Sie dabei sind. Legen wir los. Konflikte. Haben Sie sich schon mal selbst in einer Konfliktsituation befunden? Oder ist das vielleicht auch gerade ganz aktuell? Und wie gehen Sie damit um? In meiner Wahrnehmung ist Konflikt immer noch etwas sehr Negatives in unserer Gesellschaft. Also das Wort alleine ist sehr negativ konnotiert. Konflikte möchten wir vermeiden. Wir gehen ihn aus dem Weg. Man möchte eigentlich nichts damit zu tun haben. Auch in meinen Workshops kommt es oft einmal vor, dass jemand auf mich zukommt und sagt, Katharina, ich würde nicht sagen, dass ich einen Konflikt habe, Aber ich bin so genervt von meinem Arbeitskollegen. Ich gehe gar nicht mehr gerne ins Büro und ich glaube, ich kündige. Aber ein Konflikt ist das nicht. Das heißt, zum einen haben wir diese negative Konnotation. Aber müssen Konflikte immer etwas Schlechtes bedeuten? Oder, und diese Frage möchte ich heute stellen, können Konflikte auch Potenziale in sich tragen? Ich glaube schon. Und da kommt es auf einen konstruktiven Konfliktumgang an. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Und wenn wir es schaffen, konstruktiv und auch achtsam mit unseren Konflikten umzugehen, dann können Sie Potenziale bergen für positive Veränderungen, für Entwicklung und für Wachstum. Das Wort Konflikt stammt aus dem Lateinischen Konfligere. Und dieses hat zwei Bedeutungen. Zum einen meint Konfligere das physische Zusammenstoßen von zwei Gegenständen, um in meinem Bild zu bleiben, wären das die zwei Sterne, die hier aufeinanderprallen. Und zum anderen wäre das eher unsere alltägliche Wahrnehmung oder der alltägliche Gebrauch des Wortes Konflikt. Und zwar, wenn wir uns streiten. Wo können Streitigkeiten und Konflikte jetzt bei uns persönlich im Leben auftreten? Ich unterscheide da zum Beispiel zwischen den alltäglichen Konflikten, wie beispielsweise in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, im Freundeskreis, im Arbeitskontext, also Konflikte zwischen Kolleginnen und Kollegen oder auch Konflikte zwischen einem Vorgesetz und einem Mitarbeiter. Und dann können Konflikte aber auch größere Ausmaße an sich nehmen. Also dass wir von Konflikten sprechen, zwischen Organisationen, zwischen Unternehmen bis hin zu Zwischenstaaten. Also da wären wir dann schon im internationalen Bereich. Und internationale Konflikte münden leider, wie wir oft sehen und auch in der Vergangenheit sehr oft gesehen haben, in gewaltvollen Auseinandersetzungen bis hin zum Krieg. Und heute in diesem Vortrag möchte ich allerdings einen Fokus setzen auf diese erste Kategorie und zwar auf unsere alltäglichen Konfliktsituationen, damit Sie dieses Handwerkszeug auch direkt mal in Ihrer Praxis ausprobieren können. Ein weiterer Fokus, den ich heute legen möchte, ist, dass es um Konflikte geht, die zwischen Menschen passieren. Und dann sprechen wir auch von sozialen Konflikten. Die drei Wissenschaftler, Ruben, Pruitt und Kim, definieren einen sozialen Konflikt wie folgt. Und das ist direkt ganz wichtig. Ein sozialer Konflikt ist eine wahrgenommene Divergenz, also das Auseinandergehen von Interessen, zwischen zwei Parteien oder deren Vorstellung, dass die von Ihnen angestrebten Ziele nicht gleichzeitig zu erreichen sind. Das heißt, wenn wir uns diese Definition mal anschauen, dann spielen in Konfliktsituationen zum einen eine Rolle unsere persönliche Wahrnehmung und zum anderen geht es um unsere Interessen und die Interessen natürlich unseres Gegenübers. Schauen wir uns die beiden Begriffe mal näher an. Mit Wahrnehmung meine ich die Gesamtheit aller Sinneswahrnehmung über unsere Umwelt. Im Konfliktbereich ist das primär das, was wir sehen, das, was wir hören und auch das, was wir fühlen. Und wichtig, wenn man über Konflikte spricht, ist, dass unsere Wahrnehmung nicht objektiv ist, sondern unsere Wahrnehmung ist subjektiv und selektiv. Das heißt, jeder Mensch sieht die Welt mit anderen Augen und das wirkt sich auch im Konflikt nochmal deutlicher aus. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, uns über eine objektive Realität zu streiten, dann geht es oftmals um die Differenzen zwischen zwei subjektiv wahrgenommenen Wirklichkeiten. Und wie wir eben schon gesehen haben, kommen neben der Wahrnehmung auch unsere Interessen ins Spiel. Und wenn ich Interesse sage, dann meine ich damit nicht zwangsläufig so etwas wie Hobbys, dass Sie vielleicht gerne Segeln fahren oder wandern gehen oder Kuchen wacken und Jazzmusik hören, sondern Interessen sind in der Konfliktforschung und in der Verhandlungsführung ein Fachterminus. Und mit Interessen meinen wir immer, das, was den Konfliktparteien, den Menschen im Konflikt, besonders wichtig ist. Und das wird oftmals auch nicht offen kommuniziert, sondern das bleibt im Verborgenen. Und wenn wir uns in einem Konflikt befinden, dann haben wir diverse Strategien, die wir fahren können. In der Konfliktforschung wird zwischen fünf Konflikttypen unterschieden. Und jeder dieser einzelnen Typen hat Vor- und Nachteile und jeder hat seine Berechtigung. Es kommt immer auf die Situation an und es kommt darauf an, wie wichtig uns der Streitgegenstand ist. Also welche Rolle unsere eigenen Interessen dabei spielen. Die erste Strategie, die ich Ihnen vorstellen möchte, die haben Sie wahrscheinlich alle schon mal für sich genutzt. Und zwar ist das eine Vermeidungsstrategie. Das heißt, ich gehe einer direkten Konfrontation, einem Streitgespräch zunächst erstmal aus dem Weg. Und auch diese Strategie kann sich bewähren, wenn schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen und Sie, ja, also, wenn Ihr eigenes Interesse in dem Konflikt eher unterschwellig ist. Also wenn es Ihnen eigentlich um etwas anderes geht. Auf Dauer kann so eine Vermeidungsstrategie allerdings auch Nachteile mit sich bringen, weil Sie natürlich Ihre Interessen auch nicht berücksichtigen können. Das tun Sie eher, indem Sie Ihre Interessen durchsetzen. Und das ist der zweite Konflikttyp. Wenn Sie Ihre Interessen durchsetzen, dann hat das natürlich auch Vorteile, aber auf Dauer kann es die Gefahr bergen, dass Sie zwischenmenschliche Beziehungen negativ beeinträchtigen. Das ungefähre Gegenteil vom Durchsetzen wäre an der Stelle das Entgegenkommen. Dann würden wir unsere eigenen Interessen zurückstecken und Beziehungen eventuell stärken dadurch, aber man muss auch gucken, dass man selbst dabei nicht auf der Strecke bleibt. Wenn sowohl beide Seiten zum einen entgegenkommen und sich zum anderen auch durchsetzen, dann treffen Sie sich irgendwo in der Mitte und Sie finden einen Kompromiss. Ein Kompromiss kann zeitsparender sein und eine schnelle Lösung mit sich bringen, aber auch auf Dauer frustrierend. Also es kommt natürlich darauf an, worum es für Sie geht und was Sie, wie sehr Sie einstecken müssen und sich Ihr Gegenpart vielleicht durchsetzt. Wenn allerdings beide Interessen gleichermaßen berücksichtigt werden, dann sprechen wir von einer Kooperation. Das ist quasi Win-Win. Es kann sein, dass eine Kooperation länger Zeit in Anspruch nimmt, weil man die Interessen beider Seiten natürlich austarieren muss, aber es kann auch zu einer nachhaltigeren Lösung führen. Und diese fünf Konflikttypen werden zusammengefasst in der folgenden Grafik und basieren auf einem theoretischen Modell aus der Konfliktforschung. Das nennt sich das Dual-Concern-Modell. Und hier werden alle fünf Konflikttypen noch einmal in Beziehung gesetzt und dahingehend unterschieden, inwieweit die jeweiligen Eigeninteressen und die jeweiligen Fremdinteressen berücksichtigt werden. Um hier nochmal im Schnelldurchlauf durchzugehen, wäre es bei der Vermeidungsstrategie der Fall, dass weder Eigen- noch Fremdinteresse im richtigen Maße berücksichtigt wird, sondern wir vermeiden quasi die Streitgespräche und die Konfrontation. Wenn unser Eigeninteresse dominiert, also wir mehr Eigeninteresse als Fremdinteresse haben, dann setzen wir uns durch. Und das genaue Gegenteil quasi auf der anderen Achse wäre, wenn es uns wichtiger ist, was die anderen Menschen brauchen, also wir quasi das Fremdinteresse höher stellen, dann kommen wir unserem Konfliktpartner entgegen. Irgendwo dazwischen findet sich der Kompromiss, das heißt, wenn beide Parteien nachgeben und durchsetzen und erst, wie Sie hier auf dieser Grafik sehen, wenn beide Interessen berücksichtigt werden, dann sprechen wir von einer Kooperation. Und warum zeige ich Ihnen das jetzt anhand dieser Grafik? Aus meiner Sicht kann dieses Modell helfen, sich im Konfliktfall mal kurz einen Moment innezuhalten und sich ein paar Fragen zu stellen, zu reflektieren. Okay, in dieser Situation, welche Strategie fahre ich? Wie verhält sich mein Gegenüber? Und wie geht es mir damit? Und dann natürlich auch die Frage zu stellen, worum geht es mir eigentlich? Denn jeder dieser Konflikttypen kann entweder Zeit und Energie sparen oder in Anspruch nehmen. Wenn es um etwas geht wie etwas, was vielleicht so beiläufig ist, weil oftmals streiten wir uns in unserem Alltag um Nichtigkeiten oder es geht um Prinzip oder um unseren Stolz. Wenn zum Beispiel meine Frau gerne in den Film Arbeiter geben möchte, ich eigentlich lieber James Bond gucke, dann sage ich, okay, an der Stelle kann ich ihr heute entgegenkommen. Denn gestern Abend gab es zum Beispiel Spaghetti Bolognese, die ich mir gewünscht habe. Wenn es allerdings zum Beispiel um eine Gehaltsverhandlung geht und sie vielleicht ihr Haus abbezahlen möchten oder drei, vier Kinder haben, die bald zur Schule gehen, dann empfiehlt es sich, da wirklich stark zu bleiben, auf seiner Position zu bleiben und sich durchzusetzen. Stellen Sie sich jetzt mal vor, es geht um eine Sache, die Ihnen wirklich am Herzen liegt, wie zum Beispiel Ihre Ehe, Ihr Haus oder ein gutes Arbeitsumfeld im Büro. Das heißt, Sie können nicht vermeiden, denn dafür ist die Sache zu wichtig. Durchsetzen funktioniert nicht und auch mit Entgegenkommen würden Sie zu viele Abstriche machen. Auch ein Kompromiss würde Sie auf Dauer frustriert zurücklassen. Das heißt, Sie streben eine Kooperation an und möchten gerne Ihre eigenen Interessen und die Interessen der anderen Personen berücksichtigen. Und wie ist das möglich? An der Stelle möchte ich Ihnen sehr gerne ein Verfahren vorstellen, bei dem die Interessen beider Seiten im Fokus stehen. Und das ist die Mediation. Damit sind wir schon bei Punkt zwei. Und in meiner Wahrnehmung ist die Mediation etwas, das bei uns in unserer Gesellschaft oder in der breiten Öffentlichkeit noch nicht ganz angekommen ist. Das erkenne ich an manchen Reaktionen, wenn ich sage, dass ich Mediatoren bin. Dann kommt öfters sowas wie, ah ja, das ist ja gerade total im Trend. Om Shanti und so. Ach so, nein, es geht um Mediation. Ah ja, okay, was mit Medien. Das ist ja der Klassiker. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, genauso wie BWL, dann studiere ich halt was mit Medien. Und jetzt zuletzt vor ein paar Monaten habe ich ein Buch geschenkt bekommen mit den Worten, Katharina, das ist genau das, was du beruflich machst. Dieses Buch handelt von medialen Fähigkeiten, quasi Hellsehen. Auch ein super spannendes Thema, hat vielleicht nur unterschwellig was mit dem zu tun, was wir uns jetzt anschauen. Das Wort Mediation findet seine Ursprünge zum einen im altgriechischen Mesos und zum anderen im lateinischen Medius. Und diese zwei Begriffe bedeuten in etwa so viel wie in der Mitte, mittig, in der Mitte stehend. Das heißt, Sie können sich vorstellen, der Mediator oder die Mediatorin steht zwischen zwei Parteien und vermittelt. Wenn ich hier heute von Mediation spreche, dann meine ich das Verfahren, das im deutschsprachigen Raum heutzutage angewendet wird und viele US-amerikanische Einflüsse mit sich bringt. Denn Vermittlungsverfahren, wie Sie sich vielleicht denken können, haben eine lange Tradition und wurden bereits auf jedem Erdteil angewendet. Ob in der Antike oder auch im China der Dynastien. Heutzutage findet die Mediation in diversen Situationen und Bereichen ihre Anwendung. Und zwar quasi in all diesen Konfliktsituationen, die ich Ihnen eingangs vorgestellt habe. Wir können mediieren, zum Beispiel in einem Nachbarschaftskonflikt. Wenn es um eine Familie geht, sprechen wir von Familienmediation. Stellen Sie sich vor, wir haben eine Trennung oder eine Scheidung oder es wird darüber diskutiert, wie die Erbfolge aussieht. Dann kann zum Beispiel mediiert werden. Die Wirtschaftsmediation fokussiert sich auf innerbetriebliche Konflikte und auch auf Konflikte zwischen Unternehmen. Dann wird auch im Umweltkontext viel mediiert. Wenn zum Beispiel in der Stadtplanung neue Bäume gepflanzt oder gefällt werden, dann haben wir es mit öffentlichen Interessen zu tun. Dann schalten sich Umweltverbände ein und die Kommunen. Und dann sprechen wir auch von Mediation in öffentlichen Planungsverfahren. Aber auch in internationalen Konflikten kommt die Mediation zum Einsatz. Und dann sprechen wir von der Friedensmediation. Im Prinzip kann sich jeder Mensch in Mediation ausbilden lassen. Es gibt zwar so klassische Herkunftsberufe oder Herkunftsdisziplinen wie die Rechtswissenschaften, also viele Juristen, viele Rechtsanwälte bauen sich nochmal ein zweites Standbein auf oder auch aus der Psychologie. Aber im Prinzip kann das jeder. Ich zum Beispiel habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und seit 2012 ist das Verfahren der Mediation auch in Deutschland gesetzlich verankert. Und zwar im sogenannten Mediationsgesetz. Und dort ist in § 1 Absatz 1 das Verfahren wie folgt definiert. Die Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konfliktes anstreben. Und damit diese Worte, die hier verwendet werden in dem Gesetzestext wie vertraulich, strukturiert, eigenverantwortlich und freiwillig noch ein bisschen klarer werden, möchten wir uns das Verfahren der Mediation jetzt mal im Vergleich zu anderen Verfahren anschauen, mit denen man Konflikte bearbeiten kann. Denn die Mediation ist natürlich nicht die einzige Variante. Es gibt zum Beispiel noch die klassische Verhandlung. Das ist ein sehr flexibler Begriff. Eigentlich ist jeder Kommunikationsprozess mit dem Ziel, eine einvernehmliche Lösung zu finden, eine Verhandlung. Oder wir haben das Verfahren der Schlichtung, was auch oft in Verbraucherschutzangelegenheiten Verwendung findet. Oder es gibt auch private Schiedsgerichte, die in internationalen Wirtschaftskonflikten oft hinzugezogen werden. Ich möchte allerdings auf ein Verfahren hinaus, das Ihnen oder den meisten wahrscheinlich bekannt ist, entweder aus eigener Erfahrung oder weil Sie aus Ihrer, ja, im Umfeld das schon mal gehört haben oder im Fernsehen gesehen haben. Und zwar meine ich das Gerichtsverfahren. Denn vielleicht ist das einigen nicht bewusst, aber wir können unsere Konflikte auch bearbeiten, indem wir uns gegenseitig verklagen. Ich würde sagen, dass beide Verfahren, sowohl die Mediation als auch das Gerichtsverfahren, definitiv seine Berechtigung haben. Ich habe nur auch mal eine Zeit lang in einer Kanzlei gearbeitet und ich muss sagen, ich war etwas überrascht darüber, aus welchen Gründen sich zum einen Menschen verklagen und auch darüber, in welcher Beziehung diese Menschen untereinander stehen. Also ich habe das mitbekommen, dass Geschwister sich gegenseitig verklagt haben oder Kinder ihre Eltern, die Eltern ihre Kinder. Also wirklich im Familienkontext. Und dann stelle ich die Frage, also absolut gibt es ein paar Konfliktfälle, die definitiv per Gesetz, also per Gericht entschieden werden sollten. Aber auf der anderen Seite gibt es viele Konflikte, die wir vielleicht auch mit einem konstruktiveren Umgang oder dadurch, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, selbst beilegen können. Und dazu hilft uns die Mediation. Schauen wir uns das Ganze mal im Vergleich an. Und dazu zunächst die Frage, wer ist denn bei diesen beiden Verfahren überhaupt beteiligt? Im Gerichtsverfahren haben wir zum einen den Kläger und auf der anderen Seite den Beklagten. Diese beiden Seiten nehmen sich jetzt jeweils noch einen Anwalt dazu. Und die Anwälte sprechen vom Kläger und vom Beklagten jeweils von ihren Mandanten. Oftmals habe ich es beobachtet, dass natürlich der Kläger jeweils mit seinem Anwalt spricht, der Beklagte jeweils mit seinem Anwalt spricht, aber der eigentliche Kommunikationsprozess, der für die Entscheidung wichtig ist, zwischen diesen Parteien stattfindet, also zwischen den Anwälten selbst. Das heißt, der Anwalt, der besser argumentiert, der kann die gerichterliche Entscheidung wahrscheinlich eher für sich gewinnen. Und das heißt, die Anwälte argumentieren, in Form von Schriftsätzen beispielsweise oder dann im Gericht und am Ende entscheidet der Richter oder die Richterin. Das, was im Gericht der Richter ist, ist in der Mediation der Mediator. Und die beiden Mandanten im Gerichtsverfahren nennt man in der Mediation die Medianten. Und um hier nochmal das Bild zu vervollständigen, wäre das passende Verb mediieren. Das heißt, der Mediator oder die Mediatorin mediiert zwischen ihren Medianten. Dann möchte ich noch einmal verdeutlichen, wie diese Kommunikation öfter aussieht. Wie bereits gesagt, die Anwälte sprechen und die jeweiligen Mandanten mit ihren Anwälten. Hier herrscht oftmals Stille oder es werden Vorwürfe erhoben. Und dann im Gerichtsprozess findet natürlich Kommunikation zwischen Richtern und Anwälten statt. Was aber in der Mediation passiert, ist, dass alle Parteien hier miteinander in direkten Austausch steht. Der Mediator moderiert quasi das Streitgespräch. Wenn wir jetzt verklagt werden, dann sind wir dazu verpflichtet, auf diese Klage zu reagieren. In irgendeiner Form. Das heißt, ich kann mir einen Anwalt nehmen und dann muss ich auch zu den Gerichtsterminen erscheinen in der Regel. Die Mediation allerdings ist komplett freiwillig. Ich kann nicht zu einer Mediation verklagt werden, sondern beide Parteien, beide Medianten müssen dem Verfahren freiwillig zustimmen. Anders als beim staatlichen Charakter des Gerichtsverfahrens, das oftmals öffentlich abläuft. Also zum einen werden Urteile veröffentlicht, zum anderen können wir uns als Bürgerinnen und Bürger auch in Gerichtsverfahren hineinsetzen, ist die Mediation in der Regel vertraulich beziehungsweise liegt auch da die Entscheidung bei den beiden Medianten selbst. Wenn wir das Klageverfahren am Laufen haben, dann können wir uns darüber sicher sein, dass wir am Ende eine Entscheidung haben. Also der Richter wird eine Entscheidung treffen. Bei der Mediation kann es passieren, dass keine Entscheidung gefällt wird von den beiden Medianten, sondern dass das Verfahren ergebnisoffen bleibt. Das ist ein weiteres Charakteristikum der Mediation. Und das, was im Gerichtsverfahren der Entscheidungsmaßstab ist, nämlich Gesetz und Recht, das ist in der Mediation, sind das die Interessen. Das heißt, der Mediator trifft keine Entscheidung, sondern es wird anhand der Interessen der Parteien der Kommunikationsprozess, der läuft dann ab. Natürlich gibt es auch noch ein paar Sonderfälle. Zum einen können auch in Gerichten Mediationen ablaufen. Das machen dann sogenannte Güterrichter. Und zum anderen können auch Anwälte ins Mediationsverfahren hinzugezogen werden. Das erstmal grob als Unterschied zwischen der Mediation und dem Gericht. Inhaltlich, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie läuft denn eigentlich dieser Kommunikationsprozess ab und wie können in der Mediation Konflikte beigelegt werden, dann kann ich Ihnen sagen, dass die Mediation inhaltlich zum einen auf dem Harvard-Konzept basiert und das ist ein Konzept der Verhandlungsführung und zum anderen auf die gewaltfreie Kommunikation. Darauf kommen wir später. Das Harvard-Konzept. Und Pioniere auf dem Gebiet der Verhandlungsführung sind Roger Fischer, William Uri und Bruce Patton mit ihrem Werk Getting to Yes. Quasi der Weg zum Ja. Negotiating an Agreement without giving in. Verhandeln ohne nachzugeben. Dieses Werk ist im deutschsprachigen Raum bekannt unter dem Harvard-Konzept, dadurch, dass es an der Harvard Law School konzipiert und entwickelt wurde. Und ein wesentlicher Grundsatz des Harvard-Konzepts ist, dass wir in der Verhandlung, und das lässt sich auch auf Konflikte übertragen, unterscheiden sollten zwischen den Positionen der Parteien und ihren Interessen. Was heißt das jetzt genau? Positionen sind das, worauf wir uns im Konflikt festlegen. Und das ist auch oftmals das, was offen kommuniziert wird. Und oftmals scheint es auch so, dass Positionen nicht miteinander vereinbar sind. Sie schließen sich quasi aus. Sie widersprechen sich. Die Interessen, wie wir eben schon gehört haben, sind das, worum es uns im Konflikt wirklich geht. Aber leider kommunizieren wir unsere Interessen öfters nicht offen, sondern sie bleiben im Verborgenen. Die große Preisfrage, die sich jetzt stellt, ist, wie kommen wir von den Positionen zu den Interessen? Das schauen wir uns sehr gerne mal jetzt an einem Beispiel an. Aber kurz noch zur Verdeutlichung. Diese Grafik stellt die Funktionslogik der Mediation dar und zeigt, welche Bezugsgrößen in diesem Verfahren eine Rolle spielen. Wir haben zum einen, habe ich mich dazu entschieden, die beiden Konfliktparteien als Eisberge darzustellen. Denn laut Eisberg-Modell passiert unsere, die offene zwischenmenschliche Kommunikation. Da passieren nur 20 Prozent an der Oberfläche, also sind sichtbar für andere Menschen. Und die restlichen 80 Prozent, die finden hier unter der Oberfläche statt. Und darüber sprechen wir oftmals nicht. Das heißt, wenn wir uns jetzt in einem Konflikt befinden, dann stehen hier oben an der Oberfläche sich die Positionen jeweils gegenüber. Wir haben eine Position A und wir haben eine Position B. Und man würde sagen, okay, die widersprechen sich. Da kommen wir nicht zu einer Einigung. Deswegen haben wir einen Konflikt. Was jetzt allerdings in der Mediation passiert, ist, dass der Mediator versucht, hier mal abzutauchen und sich auf dem Weg zu den Interessen anschaut, okay, wie geht es den Menschen? Was sagen ihre Gefühle? Und was brauchen sie? Die Bedürfnisse. Und davon lassen sich dann die Interessen ableiten. Und das ist auch ein anderer Grundpfeiler, auf dem das Harvard-Konzept steht. Denn es sagt, dass wir auch am Verhandlungstisch immer berücksichtigen sollten, dass dort nicht nur Vertreterinnen einer Organisation sitzen oder eines Staates, sondern da sitzen Menschen. Und Menschen haben Gefühle und Bedürfnisse. Unsere Gefühle sind Zeichen für unsere Bedürfnisse. Das können Sie sich so vorstellen, dass ein positives Gefühl das Zeichen ist eines erfüllten Bedürfnisses und ein negatives Gefühl zeigt an, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Und von unseren Bedürfnissen lassen sich dann die jeweiligen Interessen ableiten. Das heißt, wenn wir es schaffen, in der Kommunikation hier abzutauchen und mal zu schauen, wo überschneiden sich denn die beiden Interessen, dann entsteht in dieser Schnittmenge dazwischen der sogenannte Lösungsraum. Das heißt, wenn die Interessen transparent gemacht werden, dann können wir schauen, okay, wo lassen sich denn meine Interessen und deine Interessen beidseitig berücksichtigen und erfüllen. Und dann können wir über gemeinsame Lösungen sprechen. Das ist in der Form jetzt noch sehr abstrakt und deswegen schauen wir uns jetzt wirklich das Beispiel an. Und zwar stellen Sie sich vor, wir befinden uns in einem Nachbarschaftskonflikt. Streitgegenstand ist eine Hecke, die zwei Grundstücke voneinander abtrennt. Und dann haben wir die zwei Nachbarn, auf der einen Seite Frau Schulze und auf der anderen Seite Herrn Mayer. Frau Schulze gefällt die Hecke total gut, findet sie super und sie möchte gerne, dass die Hecke zwischen den Grundstücken bleibt. Das heißt, das ist ihre Position. Herr Mayer allerdings ist nicht mehr so glücklich mit der Hecke und er würde sie am besten, am liebsten direkt entfernen. Das heißt, seine Position ist, die Hecke muss weg. Das heißt, wenn wir uns jetzt oberhalb dieser Eisberge befinden, dann kommen wir, wenn wir uns das mal anschauen, zu keiner Lösung. Denn es steht Position, die Hecke bleibt, Gegenposition, die Hecke geht. Das heißt, rein physikalisch gäbe es hier kein Zusammenkommen. An der Stelle können sich die beiden Nachbarn jetzt streiten und gegenseitig Vorwürfe machen. Vielleicht kommt es wirklich zu einem Gerichtsprozess. Aber wenn Sie sich dazu entscheiden, miteinander ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch aufeinander zuzugehen, dann könnte man sagen, ja, vielleicht schlägt Frau Schulze ihrem Nachbarn vor, Herr Mayer, wissen Sie was, ich habe jetzt mal von der Mediation gehört, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Das heißt, im Mediationsverfahren könnte jetzt, wenn es der Mediator schafft, das kommunikativ transparent zu machen, Folgendes passieren. Es kommt zum Vorschein, dass Frau Schulze wütend ist, weil sie ihr Bedürfnis nach Sicherheit in Gefahr sieht. Denn ihr geht es eigentlich bei dieser Hecke primär um den Sichtschutz. Das heißt, sie möchte mit dieser Hecke ihre Privatsphäre schützen. Bei Herrn Mayer sieht es anders aus. Auch er ist total wütend, aber allerdings ist es bei ihm nicht das Sicherheitsbedürfnis, sondern sein Bedürfnis nach Autonomie. Er möchte nämlich auf seinem Grund und Boden das tun und lassen können, was er möchte. Das heißt, ihm geht es eigentlich darum, dass er die Hecke nicht mehr regelmäßig schneiden möchte. Er möchte im Sommer lieber ein paar Tage länger Urlaub haben, anstatt seine Heimbuchenhecke zu schneiden. Das heißt, sein Interesse ist hier mehr Freizeit. Dieses Schauspiel stellt dar, dass wir bei den Positionen nicht weitergekommen wären. Haben wir aber jetzt beide Interessen sichtbar gemacht, es geht um Sichtschutz und es geht um Freizeit, dann können sich die beiden in einem kreativen Lösungsprozess überlegen, okay, wie können wir denn beides gewährleisten? Stellen Sie sich mal selbst die Frage, was wären denn die Alternativen, die berücksichtigen Sichtschutz und Freizeit? Wir können die Hecke zum Beispiel entfernen und stattdessen einen blickdichten Zaun anbringen oder eine Mauer und noch ein paar Blümchen aufstellen, egal was. Aber da, es geht darum, dass sich beide Seiten treffen und gemeinsam geschaut wird, wie kommen wir hier zusammen? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie schafft der Mediator das? Wie kann er diesen Kommunikationsprozess abbilden? Stellen Sie sich jetzt folgendes Setting vor. Wir befinden uns in einer Mediation. Wir haben einen Mediator, der zwischen zwei Medianden entsteht. Und das allererste, was wir im Mediationsverfahren machen, ist, wir geben beiden Seiten nacheinander die Gelegenheit, sich den Frust von der Seele zu reden. Und denn das ist etwas, wozu wir in unserem Alltag manchmal nicht kommen. Denn wenn Sie an ein Streitgespräch denken, dann ist es oftmals so, dass wir so darin gefangen sind, uns Vorwürfe zu machen und immer schnell den Widerstand gehen und uns unterbrechen, dass wir gar nicht die Gelegenheit haben, mal von A bis Z zu sagen, worum es uns eigentlich geht. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, ist dieses erste Mal, wie bei so einem Kochtopf, der fast überkocht, mal kurz den Topfdeckel zu heben und zu sagen, okay, wir lassen jetzt mal kurz ein bisschen Dampf ab. Und das ist oft für beide Parteien sehr befreiend und reinigend. Wenn ich mit Institutionen und Organisationen zusammenarbeite, dann bemerke ich oft, dass wenn es so etwas gibt wie ein Beschwerdemanagement, dass das implementiert ist, dann klingelt oftmals der Telefonhörer und die Menschen möchten genau das tun. Sie möchten sich einmal den Frust von der Seele reden. Und sie glauben gar nicht, wie oft das passiert, dass ich dann die Frage stelle, wie ich diese Person am besten unterstützen kann. Und ich dann die Antwort bekomme, Frau Rofer, wissen Sie was? Mir geht es jetzt schon viel besser. Das war genau das, was ich brauchte. Einfach mal jemand, der mir zuhört. Und was dabei bei diesem jeder bekommt mal das Wort hat nacheinander zugesprochen. Was dabei oftmals sichtbar wird, ist, dass beide Parteien eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung von dem Streitgegenstand haben, von dem Konflikt, in dem sie sich befinden. Denn wie wir uns zu Anfang vergegenwärtigt haben, ist unsere Wahrnehmung selektiv. Und das ist aus meiner Sicht auch gar nicht die Aufgabe der Mediatorin genau zu schauen, okay, wer hat denn das eigentlich recht? Was stimmt denn eigentlich? Und wo liegt die Wahrheit, die objektive Realität? Sondern vielmehr ist es Aufgabe des Mediators zu schauen, dass beide subjektiven Wirklichkeiten miteinander verglichen werden. Und dass deutlich wird, okay, so sehe ich das, so nimmst du das wahr und wo treffen wir uns in der Mitte. Und dieses in der Mitte Treffen hat der persische Dichter Rumi bereits im Mittelalter wie folgt zusammengefasst. Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns. Und wie treffen wir uns jetzt an diesem Ort, jenseits von richtig und falsch? Und der Schlüssel dazu, aus meiner Sicht, ist, dass wir uns gegenseitig verstehen. Und das ist etwas, das auch viele Menschen missverstehen, dass, wenn wir versuchen, also gegenseitig, also mal nachzuvollziehen, okay, worum geht es der anderen Person eigentlich beziehungsweise ihre Sichtweise zu verstehen, heißt das nicht im Umkehrschluss, ist, dass wir auch damit einverstanden sind. Denn ich kann auch versuchen, mein Gegenüber nachzuvollziehen, zu schauen, okay, so hast du das empfunden, so meinst du das. Und am Ende aber trotzdem einer anderen Meinung zu sein oder da nicht zuzustimmen. Und dieses Verstehen, das nehme ich auch in unserer Gesellschaft öfter mal wahr, wenn es heißt, okay, mit dieser Person brauchen wir uns gar nicht erst zu unterhalten, denn mit dem brauchen wir auch nicht verhandeln, denn der verhält sich unmoralisch. Das heißt, da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial, dass wir lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wie tun wir das? Wie können wir uns gegenseitig verstehen? Der Schlüssel dazu ist das gegenseitige Zuhören, aber richtig Zuhören. Und auch das wird im Harvard-Konzept definiert, und zwar die Methode des aktiven Zuhörens. Und auch das ist quasi das kleine Einmaleins oder das große Einmaleins der Mediation. Aktives Zuhören. Was heißt das? Nachdem wir unserem Gegenüber aufmerksam zugehört haben, unterbrechen wir ihn und fassen noch mal kurz in unseren eigenen Worten zusammen, was wir verstanden haben. Und dann holen wir uns quasi, wir versichern uns zurück. Das heißt, man sagt auch gerne, wir holen uns die Verständnisquittung noch mal ein und fragen, ob das so genau gemeint war, wie ich es verstanden habe. Denn das ist etwas, vielleicht kennen Sie das auch, wenn Sie sich in Streitgesprächen befinden. Wir sind dann, die Emotionen kochen hoch. Und wir sind teilweise so auf unseren eigenen Standpunkt fokussiert, dass wenn unser Gegenüber uns zum Beispiel auch Vorwürfe macht, dass wir im Kopf alleine schon wieder nachdenken, wie können wir darauf jetzt am besten reagieren, habe ich das bessere Argument jetzt in der Situation und dadurch höre ich aber gar nicht mehr zu. Und das, die Vorteile des aktiven Zuhörens ist zum einen, dass ich mein Gegenüber besser verstehen kann und zum anderen mein Gegenüber sich aber auch verstanden fühlt. Und was Sie bei diesem aktiven Zuhören nicht unterschätzen sollten, ist, dass wenn wir unseren Gesprächspartner unterbrechen, dass wir uns selbst quasi die Gelegenheit geben, das Wort zu ergreifen und dadurch die Chance haben, das Gesagte in einen anderen Rahmen zu betten, quasi zu framen. Und dadurch können schnell aus Vorwürfen wieder neutralere Formulierungen werden. Wenn in einer Mediation zum Beispiel die Ehepartnerin sehr aufgebracht sagt, ja, mein Mann, der ist so egoistisch, der denkt nur an sich, dann könnte ich als Mediatorin da zum Beispiel einhaken und fragen, okay, auf mich wirkt es jetzt gerade so, Frau Meier, dass sie sich mehr Zeit mit ihrem Mann wünschen würden. Und sie könnte sagen, ja. Und das könnte etwas sein, dass sie ihrem Mann so persönlich nicht gesagt hätte. Das heißt, neben dem aktiven Zuhören haben wir das umformulieren. Das, was wir beim aktiven Zuhören dann natürlich auch tun, ist, dass wir uns die Frage stellen, okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und das ist ein weiteres Werkzeug, das sie sich wirklich zunutze machen können, nämlich das Fragen stellen. Es gibt diverse Fragetechniken, zum Beispiel mit einer offenen Frage können wir den Raum für etwas öffnen. Da können wir ein Verfahren starten, beginnen und jemanden dazu einladen, mal seine Gedanken zu äußern. Zum Beispiel wie, Herr Meier, wie schildert oder wie stellt sich diese Situation in Ihren Augen dar? Mit einer geschlossenen Frage hingegen kann ich Entscheidungen provozieren oder auch bestimmte Phasen abschließen. So, Frau Schulze, passt diese Liste jetzt für Sie mit den Themen, die wir definiert haben oder fehlt Ihnen noch etwas? Gut, dann können wir weitermachen. Mit einer Wunderfrage können wir Kreativität anregen. Zum Beispiel nutzen wir das gerne in der Mediation wie folgt. Stellen Sie sich vor, Ihr Konflikt hat sich gelöst. Was wäre passiert? Das heißt, wir öffnen einen Raum für Kreativität. Und damit wir, wie wir eben gesehen haben, an die Gefühle und die Bedürfnisse der Konfliktparteien herankommen, dann empfiehlt es sich, auch bestimmte Hypothesen anbieten. Wie schon eben vorgemacht. Ja, Frau Mayer, ich habe den Eindruck, es geht Ihnen darum und Sie fühlen sich dann auch enttäuscht, wenn jemand zu spät von der Arbeit kommt. Das heißt, zusammengefasst ist das aktive Zuhören, Umformulieren, Fragen und Hypothesen stellen. Und diese Technik führt uns dazu, dass Interessen sichtbar werden können. Zusammengefasst stellt sich die Mediation also als ein Kommunikationsprozess dar, indem wir uns folgende Fragen stellen. Was beobachten wir? Was nehmen wir wahr? Was sehen wir? Was hören wir? Was fühlen wir? Was brauchen wir? Und worum geht es uns? Und an der Stelle können Sie sich vielleicht jetzt die Frage stellen, ja, oder das war vielleicht mal ganz interessant zu hören und vielleicht mache ich auch mal eine Mediation, aber wie kann ich denn selbst ganz konkret für mich meine Kommunikation dahingehend ausbauen oder damit ich direkt im Alltag schon so ein bisschen Handwerkszeug parat habe und dazu stelle ich Ihnen jetzt sehr gerne die Methode der gewaltfreien Kommunikation vor und zwar ist das ein Kommunikationsansatz der von Marshall Rosenberg entwickelt wurde. Marshall Rosenberg hat von 1934 bis 2015 gelebt und er war Psychologe und Mediator und er hat quasi das Konzept der gewaltfreien Kommunikation oder auch kurz GFK ins Leben gerufen denn er hat sich folgende Fragen gestellt was führt eigentlich dazu dass Menschen gewalttätig werden und welche Rolle spielt unsere Sprache dabei Masche Rosenberg hat nämlich auch selbst viel Gewalt erfahren bereits in seiner Kindheit und dieses Wissen der GFK dann in Form von Workshops weltweit weitergegeben und er war auch mediativ tätig in vielen privaten Konflikten auch in seiner Tätlichkeit als Psychologe heraus in Paartherapie zum Beispiel aber tatsächlich hat er auch in internationalen Konflikten mediiert wie beispielsweise zwischen Israel und Palästina für mich wird das Wesen von Marshal Rosenberg in einem seiner Zitate besonders deutlich was ich in meinem Leben will ist Einfühlsamkeit ein Fluss zwischen mir und anderen der auf gegenseitigem geben von Herzen beruht und diesen Ansatz diese Einstellung die hat er in der GfK zusammengefasst wenn Marshal Rosenberg allerdings von Gewalt spricht dann meint er zum einen die physische Gewalt und zum anderen auch die verbale Gewalt das heißt die Verletzungen die wir uns gegenseitig mit unseren Worten zufügen Beispiele für eine gewaltvolle Sprache bei Rosenberg wären zum Beispiel Urteile über andere Menschen Interpretation Kritik und indem wir quasi in in unserer Kommunikation unserem Gegenüber die Schuld geben und sie auch in verschiedene Schubladen stecken in Konflikten verallgemeinern wir nämlich auch ganz gerne wir sagen du kommst immer zu spät du machst nie deine Hausaufgaben du hast nie Zeit für mich wenn wir in einer Mediation zum Beispiel fragen okay sagen sie mal kurz ein Beispiel wann ist denn ihr Mann das letzte Mal zu spät gekommen egal wann der ist immer zu spät dann schaffen die Parteien das manchmal auch gar nicht genau zu differenzieren was Marschel Rosenberg mit diesem Urteilen meint ist dass wir entscheiden ob sich jemand falsch oder richtig verhält ob er gut oder böse ist ob er moralisch oder unmoralisch ist das heißt dass wir vielmehr dazu tendieren das Fehlverhalten unserer Mitmenschen zu identifizieren als uns darüber auszutauschen was wir von unseren Mitmenschen brauchen und genau um diese Frage was brauchen wir voneinander handelt die GfK die Marschel Rosenberg in vier Komponenten unterteilt erstens die Beobachtung das heißt was sehen wir was hören wir zweitens die mit der Beobachtung verknüpften Gefühle drittens die Bedürfnisse die unseren Gefühlen zugrunde liegen und viertens eingebettet in eine Bitte das heißt die gewaltfreie Kommunikation können sie sich als einen Kommunikationsprozess vorstellen der diese vier Fragen formuliert oder betrachtet stellen sie sich jetzt zum Beispiel vor dass ein Verhalten ihrer Mitmenschen sich stört und sie versuchen das ganze gewaltfrei zu kommunizieren wenn wir beispielsweise mit der Beobachtung anfangen dann geht es Marshal Rosenberg dazu darum dass wir lernen unsere Beobachtung von unseren Bewertungen zu differenzieren was sehen wir was hören wir was nehmen wir wahr und alleine das hat bereits als der indische Philosoph Osho gesagt mit dem folgenden Zitat beobachte ohne zu urteilen stellen sie sich jetzt folgende Situation vor ein Mann kommt abends von der Arbeit und wird von seiner Frau mit folgenden Worten begrüßt du bist schon wieder viel zu spät du denkst immer nur an dich und es ist dir eigentlich auch egal wie es mir geht wie reagiert der Mann dann zu seiner Frau also was ist jetzt schon wieder das stimmt nicht diese Situation jetzt zum Beispiel ohne die Bewertung zu formulieren das heißt wir gehen noch mal einen Schritt zurück und schauen uns an ganz neutral was ist konkret passiert stattdessen könnte die Frau beispielsweise sagen gestern Abend habe ich um 22 Uhr gehört wie du durch die Wohnungstür gekommen bist das heißt es ist etwas was sie gehört hat und das schafft eine andere Basis darauf könnte der Mann antworten ja du hast recht es war schon wieder viel los auf der Arbeit das heißt wir beobachten ohne gleichzeitig das ganze Geschehen zu bewerten jetzt kommt der zweite Schritt der GfK hinzu nämlich unsere Gefühle Gefühle haben wir alle und zwar positive und negative wir können Frieden spüren wir können Freude empfinden also viel positives aber auch Wut oder Trauer oftmals habe ich den Eindruck dass es uns in unserer Gesellschaft immer noch schwer fällt über unsere Gefühle zu sprechen und wenn dann schaffen wir es auch nicht die Gefühle so konkret auszudrücken das heißt wenn wir uns zum Beispiel gefragt werden ja wie geht es dir heute dann geht es uns meistens entweder gut oder es geht uns schlecht und wenn es uns besser geht als gut dann geht es uns richtig gut oder heute geht es mir wirklich schlecht aber dadurch dass wir gesehen haben dass Gefühle in Konflikten so eine besondere Rolle spielen ist es von essentieller Bedeutung dass wir es schaffen unsere Gefühle auch in die richtigen Worte zu fassen der Psychoanalytiker Rollo May sagt dazu folgendes der reife Mensch entwickelt die Fähigkeit Gefühle in genauso viele Nuancen starke und leidenschaftliche Erfahrungen oder feine und empfindsame zu differenzieren wie auch in den unterschiedlichen Musikpassagen einer Symphonie stattdessen ist der Ausdruck unserer Gefühle oft so begrenzt wie die Töne eines Hornbläsers wenn wir also nicht selbst in der Lage sind unsere Gefühle zu definieren und auszudrücken wie können wir dann von anderen erwarten dass sie genau verstehen wie es uns geht ich hatte beispielsweise mal in einem meiner Workshops einen Teilnehmer der kam von der Polizei und der sagte mir Katharina ich bin in unserer Dienststelle die Führungskraft und ich kann bei der Polizei unmöglich zu meinen Mitarbeitern sagen dass es mich traurig macht dass niemand am Wochenende den Schichtdienst übernehmen möchte aber es muss ihn auch nicht traurig machen wie wäre es mit irritiert also an der Stelle möchte ich sie anregen dass sie für sich mal einen Gefühlswortschatz sich anlegen und mit Worten mit denen sie sich wohlfühlen damit wir einfach lernen das stärker zu differenzieren und diese Gefühle auch unserem Gegenüber auszudrücken um in unserem Beispiel zu bleiben wäre das quasi die nächste Komponente wenn ich höre dass du um 22 Uhr nach Hause kommst oder durch die Wohnungstür kommst dann enttäuscht mich das dann macht mich das traurig Punkt das wäre die zweite Komponente bei Marshell Rosenberg und jetzt geht es darum zu schauen welchen Bedürfnissen unsere Gefühle zugrunde legen also warum ist die Frau genau traurig oder enttäuscht da kommen wir zur dritten Komponente nämlich dem Bedürfnis und das fasst Marshell Rosenberg so zusammen dass er sagt dass ein Konflikt tatsächlich der tragische Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses ist und an dieser Stelle kann ich sie beruhigen denn wir haben alle die gleichen Bedürfnisse Bedürfnisse sind universell und auch für sie im Konflikt können sich die Frage stellen welches Bedürfnis habe ich gerade was nicht zur Geltung kommt und welches Bedürfnis kann vielleicht mein Gegenüber haben sie sind ja gleich vielleicht nur auch anders getaktet das heißt wir können zum einen physiologische Bedürfnisse haben nach Schlaf und Erholung nach Essen und Trinken und auch nach Sport und Bewegung wir alle haben soziale Bedürfnisse nach Anerkennung Wertschätzung Verbundenheit und Nähe und wir haben auch das Bedürfnis nach Freiheit Autonomie und Sicherheit übrigens lassen sich menschliche Bedürfnisse auch auf Organisationen und Unternehmen und vielleicht auch auf Staaten übertragen denn selbst ein Staat kann sein Bedürfnis nach Sicherheit oder nach Autonomie gefährdet sehen und auch das ist zu berücksichtigen wenn wir uns zum Beispiel am Verhandlungstisch befinden und wir sehen okay da sind jetzt die einzelnen Staaten Vertreterinnen und Vertreter aber auch da gilt zu schauen selbst diese Vertreterinnen sitzen als Menschen am Tisch mit persönlichen Gefühlen und persönlichen Bedürfnissen das heißt selbst in einer UN Verhandlung kann sich ein Staaten Vertreter als Mensch nicht gewertschätzt fühlen und dann vielleicht eine Entscheidung treffen die sehr viele Konsequenzen für viele Menschen hat um nochmal uns auf unser Beispiel zurück zu besinnen also des zu spät kommst des Manns Führen wir das mal weiter und die Frau sagt wenn ich höre dass du um 22 Uhr durch die Wohnungstür kommst dann enttäuscht mich das weil ich gerne mehr Zeit mit dir verbringen möchte und auch da muss man nicht unbedingt sagen ja ich habe jetzt ein Bedürfnis nach Verbundenheit Nähe und Wertschätzung sondern drücken sie es in den Worten aus mit denen sie sich persönlich wohlfühlen wenn wir uns jetzt nochmal alle Schritte der gewaltfreien Kommunikation vergegenwärtigen dann sehen wir dass die ersten drei Schritte mit dem zu tun haben was sich die einzelne Person also hier drücke ich aus wie es mir geht was ich selbst beobachte was ich fühle und was ich brauche in einem letzten Schritt machen wir das jetzt komplett und formulieren was unser Gegenüber denn jetzt ganz konkret tun kann damit es mir besser geht das heißt hier haben wir zum Schluss noch die goldene Bitte wichtig bei der Bitte ist es zu beachten dass sie zum einen konkret formuliert ist konkret auf den Zeit und auf den Handlungszusammenhang und sich auch ganz konkret auf die jeweilige Beobachtung fokussiert das heißt die Frau sollte jetzt nicht anfangen mit dem was sie sich generell von ihrem Mann wünscht sondern nur auf die Situation des zu spät kommst bezogen also probieren wir das noch einmal wenn ich sehe und höre dass du um 22 Uhr durch die Wohnungstür kommst dann macht mich das traurig weil ich gerne mehr Zeit und deswegen möchte ich dich gerne darum bitten dass du mindestens an einem Abend in der Woche bereits um 18 Uhr zu Hause bist damit wir gemeinsam zu Abend essen können das ist die gewaltfreie Kommunikation und wenn sie sich das jetzt noch einmal anschauen dann wird vielleicht deutlich dass das auch genau das Schema ist anhand dessen wir uns in der Mediation orientieren auch in der Mediation haben wir zuerst die Beobachtung dann haben wir das Gefühl dann das Bedürfnis und anstelle einer Bitte würde hier das Interesse stehen in der Mediation und hier möchte ich noch mal betonen das ist ein Schema das seit Jahrzehnten zur Konflikt Bearbeitung und auch zur Konflikt Lösung gebraucht wird genutzt wird im deutschsprachigen Raum auch in den USA das heißt das können Sie sehr gerne mal für sich ausprobieren und ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß heute haben wir uns angeschaut was Konflikte sind was wir mit dem Begriff assoziieren und wie wir mit ihnen umgehen können ganz konkret für uns persönlich für uns selbst aber auch in einem strukturierten Verfahren hier zum Beispiel die Mediation wir haben gesehen dass wir einige Elemente aus der Mediation herausgreifen können die wir selbst in unserem Alltag nutzen können wie zum Beispiel das aktive Zuhören dass wir den Raum für Austausch schaffen dass wir uns gegenseitig verstehen die Mediation fußt zum einen auf der Verhandlungsführung und dem Harvard Konzept zum anderen auf dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation und jetzt zum Schluss schauen wir uns nochmal unsere Eingangsfrage an die Potenziale von Konflikten aus meiner Sicht bergen Konflikte die Potenziale zum einen für sich selbst mal inne zu halten zu reflektieren wo stehe ich gerade in der jeweiligen Situation wie verhalte ich mich welche Konflikt Strategie fahre ich gerade und fahre ich damit gut und was ist die Strategie meines Gegenübers lohnt es sich für mich da jetzt meine Energie rein zu stecken oder möchte ich mich eher aufs Wesentliche fokussieren darauf worum es mir eigentlich geht zum anderen ist der Konflikt quasi ein Zeichen dafür dass sich etwas verändern darf und das schaffen wir indem wir miteinander ins Gespräch kommen das heißt die Potenziale von Konflikten können wir nutzen indem wir den Mut haben in den Dialog zu treten den Mut haben uns gegenseitig zuzuhören und bereit sind unser Gegenüber zu verstehen auch über Missverständnisse und Beurteilung hinweg um uns dann darüber auszutauschen wie ich die Welt sehe wie du die Welt siehst und was wir gegenseitig voneinander brauchen das heißt wir können mal das Schubladendenken weglassen und uns auf uns selbst fokussieren worum geht es uns wirklich und das kann zu positiven Wandel führen und ich selbst bin der Überzeugung dass wenn wir es schaffen in unserem direkten Umfeld in unserer Familie in unserem Freundeskreis in unserer Arbeitsstelle einen konstruktiven Umgang zu fördern zu leben dann lässt sich das Ganze auch auf das größere Ganze übertragen und zu einem friedlicheren Miteinander beitragen und fördern abschließend möchte ich meinen Vortrag sehr gerne mit einem Zitat von dem Schauspieler Charlie Chaplin der in seinem bekannten Gedicht As I Began To Love Myself Als ich mich selbst zu lieben begann folgendes sagte We no longer need to fear arguments confrontations or any kind of problems with ourselves or others frei übersetzt wir müssen uns nicht länger fürchten vor Konfrontation vor Streitigkeiten oder vor irgendeiner Art von Problem mit uns selbst oder mit anderem Even stars collide and out of their crashing new worlds are born Selbst Sterne prallen aufeinander und aus diesem Zusammenstoß entstehen neue Welten Vielen herzlichen Dank Das ist ein das ist ein das ist das 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 das